Ich habe mir eine kleine Mini-Reihe für dich überlegt und zwar Lernen 4.0. Was gehört denn überhaupt alles für uns dazu? Und den Anfang möchte ich machen mit LOL. LOL steht für Learning Out Loud. Hast du noch nicht gehört? Kein Problem. Los geht's. Du interessierst dich für Bildung? Dann bist du hier genau richtig bei Bildung rockt, der Lerncoaching-Podcast. Hier geht es um Themen wie Digitalisierung, Didaktik, Methodik und mentale Stärke. Ich bin Mareike, Sandra Mareike, dein Digital Scout. Und ich freue mich, dass ich in deinem Ohr sein darf. Los geht's. Oh, wieder so ein Buzzword. Lernen 4.0. Ja, genau. Und ich weiß nicht, hast du vielleicht schon mal was von Working Out Loud gehört? Das ist ja in der Arbeitswelt 4.0 momentan so eines dieser Buzzwörter, die da herrscht. Und auf das Learning Out Loud Konzept bin ich gekommen über ein Dossier, das da heißt New Learning von Manager-Seminaren. Und ich möchte dir eine kleine Miniserie hier jetzt schenken. Also es ist auch wirklich abgeleitet von dem Working Out Loud, was ich gerade schon mal erwähnt habe. Und Working Out Loud stammt von John Stepper. Und Learning Out Loud soll uns ermöglichen, von Lernen 1.0 auf Lernen 4.0 zu kommen. Und zwar so, dass es die Unternehmen und auch die Mitarbeiter nicht überfordert. Und die bisherigen Weiterbildungsformate, die didaktischen Designs wie Seminare, Online-Kurse, Lehrbücher etc. reichen oftmals nicht mehr beim Lernen 4.0 aus, da sie, naja, meistens auf einer neuen Plattform alter Wein in neuen Schläuchen ist. Und die Ergebnisse die gleichen sind, weil die Methoden einfach nur versucht werden, eins zu eins zu transportieren. Und das funktioniert nicht unbedingt mehr beim Lernen 4.0. Neues Lernen braucht das Land. Und welches weitergeht als das, was wir aus der Vergangenheit kennen. Wir kommen mit dem Lernen aus der Vergangenheit in der Zukunft nicht weiter. Wir können nicht bestehen. Und es benötigt streckenweise einen Kultur- und einen Mindset-Wandel. Und deswegen habe ich auch Buzzwords gesagt, wie Lernen 4.0. Und dazu gehört auch Self-Organized Learning oder aber Workplace Learning. Communities of Practice. Peer-to-peer Learning. Feedback out loud. Neue Kompetenzen werden benötigt. Von uns, von den Unternehmen und von den Teilnehmern. Es wird auch eine neue Unternehmenskultur benötigt. Doch wo fange ich an? Fange ich an bei der Unternehmenskultur oder fange ich an bei den neuen Kompetenzen? Und da liegt auch oft die Krux drin. Denn wenn neue Kompetenzen den Mitarbeitern vermittelt werden, passt die Unternehmenskultur noch nicht dazu. Oder es wird eine neue Unternehmenskultur etabliert. Aber die Mitarbeiter haben noch nicht die neuen Kompetenzen, um in dieser Unternehmenskultur, in dieser neuen Umgebung bestehen zu können. Also beißt sich ein bisschen die Katze in den Schwanz. Und LOL, also Learning out loud, soll diese Lücke schließen. So als Einführungs- und Übergangsformat. Um neue Inhalte zu vermitteln. Und um somit eine neue Lern- und Arbeitskultur schaffen zu können. Doch dafür brauchen wir ganz oft ein anderes Mindset und wir brauchen auch einen großen Kulturwandel. Um digitales und soziales Lernen zu ermöglichen. Und ich möchte dir jetzt dieses Konzept des Learning out loud näher bringen. Learning out loud besteht aus sieben Wochen. Beziehungsweise sieben Schritten. Die können virtuell sein oder aber auch ganz normal offline. Und es geht darum, seine Lernkompetenzen zu erweitern. Die Treffen der Learning out loud-Mitglieder dauert so zwischen 30 Minuten und 2 Stunden. Doch damit reicht es noch nicht. Also du musst auch bereit sein, nochmal so 1 bis 3 Stunden, manchmal vielleicht sogar 5 Stunden, zusätzlich zu den Treffen zu investieren. Denn es geht ja um dich. Ein Facilitator, ein Lernbegleiter, begleitet die ganze Zeit diesen Prozess. Er begleitet alle Treffen. Und er hilft auch bei der Zielerreichung. Durch seine Erfahrungen, die er durch Prozesse schon hat. Und auch durch das Führen von Prozessen. Und so eine Learning out loud-Gruppe besteht aus maximal 5 bis 6 Personen. Und dann kommt noch der Facilitator dazu. Das sind sogenannte LOL-Sets. Und es geht darum, verschiedene Erfahrungen und Sichtweisen zusammenzubringen. Es soll eine optimale Beteiligung von allen LOL-Teilnehmern stattfinden können. Und es bedarf nicht unbedingt der Tatsache, dass die sich kennen oder Kollegen sind oder sonst irgendwas. Das können auch ganz unterschiedliche Unternehmen sein. Das können ganz unterschiedliche Arbeitsbereiche sein. Es geht darum, sich gegenseitig zu befruchten. Und es soll eine Möglichkeit geschaffen werden, informelles Lernen innerhalb eines formellen Rahmens zu bieten. Und dadurch kriegen wir auch neue Lernmethoden und neue Lerntechniken. Denn es wird dort ganz viel ausprobiert, getestet und beurteilt. Und ganz ohne die Gefahr, dass ich versage oder ganz ohne die Gefahr, mich zu blamieren oder was auch immer da plötzlich auftauchen kann. Und zwischen den Treffen arbeitet jeder Teilnehmer an seinem Fortschritt. Und was ich ganz schön finde bei diesem LOL-System ist, ich suche mir selber mein Thema aus. Heißt also, das muss noch nicht mal mit dem Unternehmenskontext zu tun haben. Und auch nicht mit meiner Arbeit zu tun haben. Aber die Unternehmen profitieren davon ganz, ganz viel. Denn ich mache mich schon mal fit für die Zukunft und lasse meine Kollegen daran teilhaben. Also im Prinzip partizipiert das Unternehmen davon. Meine Kollegen partizipieren davon. Aber dazu kommen wir gleich auch nochmal. Also im Schritt 1 ist es so, es geht im Schritt 1 um die Intention und die Information. Jeder LOL-Teilnehmer legt sein individuelles Lernziel fest. Und wie gerade schon erwähnt, es ist unabhängig von dem, was das Unternehmen möchte. Es baut so eine Brücke zwischen den eigenen Interessen und den Unternehmensinteressen. Und es wird eine intrinsische Motivation, die ja aus mir herauskommt, gefördert. Denn ich möchte dieses Ziel erreichen. Es geht nicht darum, das Ziel dieser Firma zu unterstützen, sondern es geht um mein Ziel. Und die Firma unterstützt mich beim Vorankommen meines Ziels. Und zwischen den Treffen kann ich aktiv daran arbeiten und dabei bleiben, dranbleiben. Und mich austauschen mit den anderen LOL-Teilnehmern. Und dann geht es auch darum, im ersten Schritt eine Absichtserklärung an die Gruppe zu machen, dass ich das Ziel erreichen möchte. Und im Gegenzug bekomme ich von der Gruppe Impulse, Hinweise. Wir tauschen Erfahrungen aus. Wir schauen, welche Anfängsfehler, welche Fehler kann ich vermeiden, welche Fehler können andere vermeiden. Und damit wird auch ein Grundstein gelegt. In meiner eigenen Lernentwicklung. Und davon profitiere ich ganz besonders, denn durch diesen Austausch mit der Gruppe lerne ich auch abzuschätzen, ob der Umfang, die Tiefe, die Genauigkeit überhaupt zu dem von mir gesteckten Ziel passen. Oder ob eventuell Korrekturen notwendig sind. Und zur Not hilft auch immer der Facilitator, um mich zu begleiten und auch nochmal draufzuschauen, ist das Ziel denn realistisch, ist es erreichbar, schaffe ich es in dieser Zeit, um einem Ende einen nützlichen und nachhaltigen Beitrag für diese ganze LOL-Story zu erzielen. Und gegebenenfalls muss ich auch Skills dafür erwerben. Und im Schritt 2 geht es dann um die Planung, um das Design, um die Quellen, die zu verifizieren. Welche Quellen kann ich denn zum Beispiel wählen? Da gibt es Blogs, Studien, Artikel, unternehmensinterne Quellen, Podcasts, Videos. Ich suche mir aus, wo ich was finde. Und ich kann aus dieser Fülle an Angeboten, kann ich mich schlau machen. Und ich gucke, was gibt es denn auf dem Markt? Wer hat schon was zu diesem Thema gemacht? Wo ist was? Und das suche ich mir alles raus. Und wenn ich etwas zum Thema finde, was ein anderer LOL-Teilnehmer hat, dann gebe ich dem diese Quellen weiter und sage, hey, hast du das und das schon gesehen? Guck mal hier. Und wir tauschen uns auf und es findet ganz rege statt. Und im Schritt 3 wird dann die Umsetzung geplant. Eine Strategie erstellt und ein Zeitmanagement auch gemacht. Und da geht es wirklich um die ganz genaue Planung aller Teilnehmer der LOL-Story. Wie und wann lerne ich was? Und zwischen den Treffen arbeitet jeder Teilnehmer selbstständig an seinem Ziel. Und die Ergebnisse werden immer geteilt und dienen auch als Vorbereitung auf das nächste Treffen. Und es findet ein Austausch über die Quellen statt. Und somit geschieht in den ersten drei Wochen schon ganz viel informelles Lernen. Weil jeder Teilnehmer bereits eine Menge recherchiert hat, um sein Lernziel zu erreichen. Im Schritt 4, beim Learning Out Loud, geht es darum, die eigene Story zu skizzieren. So eine Lernkarte, eine Lern-Landkarte zu erstellen. Im Schritt 5 geht es dann um die Selbstreflexion. Und das eigentliche Learning Out Loud findet also ab der Woche 4 statt. Und ab Woche 4, also dem 4. Treffen dann auch, werden so die Storys über die eigene Lernerfahrung erstellt. Das kann in Form eines Blogbeitrages sein, in Form eines Podcasts, eines Videos. Das kann auch einfach so ein Artikel sein. Diese werden geteilt oder aber manchmal auch einem größeren Publikum zugänglich gemacht. Zum Beispiel im Intranet. Ich teile meine Erfahrung mit den anderen Kollegen aus dem Unternehmen. Und somit partizipieren auch sie davon. Welche Erfahrung habe ich denn gemacht? Welche Quellen habe ich ausgewählt? Warum habe ich sie ausgewählt? Warum fand ich die gut und die nicht gut? Und wenn ich sie daran teilhaben lasse, nehme ich sie ein Stück weit auch mit auf meinen Weg. Und sie können sich selber auch auf ihren Weg machen. Beim Schritt 6, dem 6. Treffen, geht es um die Evaluation, um das Feedback zur LOL-Story. Und zwar um das Feedback zur eigenen LOL-Story und auch um das Feedback zu anderen LOL-Stories. Und es wird bewertet, was war gut, was war nicht gut, wie geht es weiter. Um dann in Schritt 7, dem 7. und letzten Treffen, ja neue Lernziele zu definieren. Weil auch wenn dieses LOL-Set abgeschlossen ist, kann ich ja bei Bedarf in eine neue Runde gehen. Und das ist ein dauerhafter Prozess. Und mir gefällt dieses Learning Out Loud ganz gut, weil es nämlich den Status des Lernenden beziehungsweise des Konsumenten verlassen wird. Und derjenige in einem LOL-Set sich vom Lernenden zum Lehrenden den Weg beschreitet. Und das fand ich so toll. Und somit wird es auch nachhaltiger. Es ist wertvoll. Wertvoll für die Teilnehmer in der Learning Out Loud Community. Und es ist wertvoll für denjenigen, der daran teilgenommen hat. Es ist auch didaktisch total sinnvoll, weil das Lernen durch das Lehren dafür sorgt, dass sich der Stoff besser verankert. Und zwar bei mir und bei allen, die daran beteiligt sind. Und ich erlebe so viele positive Erfahrungen mit dem informellen Lernen, dass alle Seiten einfach davon profitieren können. Auch die Unternehmen. Und oftmals startet das so aus einer Neugierde heraus. Ich möchte mich ausprobieren. Sich dem darauf einlassen. Und die Probleme werden gemeinsam gelöst. Und das schweißt auch zusammen. Und manchmal entstehen da sogar Geschäftsmodelle raus. Oder man findet Kooperationspartner. In welcher Weise auch immer. So ist es zumindest auch beim Working Out Loud ganz oft. Aber das ist gar nicht das Ziel dahinter. Sondern das Ziel ist erstmal in Form, dass man auch dieses informelle Lernen mitbekommt. Und was ich ganz schön finde darüber hinaus ist, dass ich mitbekomme, wie erstelle ich dein Content. Und ich bekomme Soft Skills beigebracht. Und ein passendes Mindset dazu. Und das erzeugt so ein bisschen einen Dreiklang durch Soft Skills, Mindset und Tools. Und ich kriege Storytelling beigebracht. Lehrdesign, Mediengestaltung. Welche Medien sind denn für mich geeignet? Nur weil ich jetzt hier einen Podcast mache, heißt das ja nicht, dass jeder einen Podcast macht. Oder nur weil viele sagen, Live-Videos sind der heiße Scheiß. Deswegen musst du noch lange dich nicht damit wohlfühlen, Live-Videos zu machen. Finde dein Medium. Für jeden ist da draußen was dabei. Ob du gerne schreibst, ob du gerne sprichst oder gerne live gehst vor die Kamera. Finde deinen Weg für die Content-Einstellung. Und hier kannst du dich ausprobieren, in diesen Loyal-Sets. Und es gibt auch einen Plan. Es folgt also einer zeitlichen Abfolge. Und das wird festgehalten. Auch der Turnus, der Treffen wird festgehalten. Und der Grundgedanke des 21st Centrum Skills ist es, dass ich nicht mehr die Ziele eines Unternehmens nur verfolge, sondern so wie Transfer, Wissen, Professionalität und all sowas. Sondern, dass ich Kompetenzen bekomme im Umgang mit den digitalen Medien. Und wie sammle ich denn Informationen auch auf digitale Art und Weise. Und somit kann ich dann meine persönliche Karriere gestalten und kann das berücksichtigen. Und es werden gruppendynamische Prozesse sichtbar. Und gestalterische Prinzipien zeigen sich. Und ich kann verschiedene Methoden zur Steigerung der Effektivität ausprobieren. Denn das Unternehmen profitiert ja auch davon, wenn ich plötzlich fit bin in der Erstellung von einem Podcast oder wenn ich fit bin in der Erstellung von etwas anderem. Und dafür profitieren doch alle am Ende. Und ich lerne, wie ich präsentieren kann. Und zwar das, was ich gelernt habe. Und damit werde ich dann Lehrender. Und das hat positive Effekte. Dieses Sammeln von informellen Lernen und dieses sich fit machen für die Arbeitswelt 4.0. und vor allem auch, ich entwickle etwas und ich werde gefördert. Und das bringt dem ganzen Unternehmen was. Weil ich bin zufrieden. Ich habe mein Lernziel erreicht. Sei es jetzt zum Beispiel, machen wir mal ein ganz kontinuiertes Beispiel. Ich möchte Chinesisch lernen, weil mein Unternehmen ganz viel mit China zusammenarbeitet. Und ich mache mich dann schlau, Schritt für Schritt, wo könnte ich das denn? Welche Quellen gibt es da? Und ich sondiere dann aus und tausche mich vielleicht mit dem einen oder anderen aus, aus diesem LOL-Setting. Davon profitiere ja ich und auch das Unternehmen, weil Chinesisch ist ja die Sprache, die eigentlich den Größteil der Bevölkerung spricht, wenn man das mal so nimmt. Zwar ist Englisch die Weltsprache, aber es gibt halt nun mal ganz viele Chinesen. Und wenn ich dann fit sein möchte, um mich besser mit denen kommunizieren zu können, dann kann ich mich hier zumindest schon mal auf den Weg machen und die ersten Schritte machen und begleitet machen. Und davon profitieren am Ende dann alle. Und es liefert auch so viel Mehrwert für mich. Ich bekomme ein Gefühl von Autonomie. Ich bekomme ein konkretes Verständnis von Sinnhaftigkeit meines Handelns. Ich bekomme Wertschätzung von den Teilnehmern aus diesem Learning out loud und auch von dem Unternehmen ganz oft. Ich stelle fest, dass ich einzigartig bin. Ich bekomme Unterstützung. Ich werde sichtbar, weil ich rausgehe, weil ich Content produziere und ich kriege ein ganz großes Verständnis. Und es geht hier nicht mehr um diese starre Wissensaneignung. Die können wir nicht mehr gebrauchen, um in Zukunft zu bestehen. Sondern bei Learning out loud führt das zu einem emotionalen Erlebnis. Und deswegen mag ich das Ganze. Und als ich mich damit beschäftigt habe, mit Learning out loud, habe ich festgestellt, dass ich dieses informelle Lernen, dieses Sondieren von Quellen schon ganz lange mache. Und dass mir das Spaß macht, auch der Austausch darüber. Und das möchte ich dir mitgeben. Und wenn du die Möglichkeit hast, mal Learning out loud Sessions zu besuchen, von mir aus auch Working out loud, die kriegst du im Internet, gibt es ganz viele Gruppen dazu. Probier es einfach mal aus. Sei offen. Und damit du davon profitierst, damit deine Teilnehmer davon profitieren. Und warum nicht auch Trainer, Berater und Coaches? Learning out loud. Einmal für uns selber und einmal für unsere Teilnehmer. Du kannst es ja genauso gut auch in Mini-Format, in einem Kurs mit einbauen. Davon profitieren deine Teilnehmer ganz, ganz stark. Aber du auch, weil du diesen Schritt ja selber durchläufst auch noch mal. Und deswegen wollte ich dir dieses Konzept hier auch mal vorstellen. Denn als ich Working out loud erzählt bekommen habe und dann in die Augen der zwei Teilnehmerinnen geguckt habe, die strahlten, die haben wirklich, das war einfach total toll. Und wenn ich so an mein informelles Lernen darüber nachdenke, ja, dann leuchten meine Augen auch, weil ich es einfach toll finde. Und ich möchte fit für die Zukunft sein. Und gerade, weil mir das Thema Bildung auch so wichtig ist, wollte ich jetzt dir hier diesen Anfang direkt in dieser Mini-Serie machen mit Learning out loud. Und lass mich mal dein Feedback wissen. Wie findest du das? Findest du es gut, dass ich auch so Themen aufgreife, die jetzt ganz gerade aktuell sind, oder findest du es eher doof? Schreib mir ruhig. In den Show Notes findest du meine E-Mail-Adresse und ich freue mich, wenn ich Feedback von dir bekomme. Wovon wünschst du dir mehr? Wovon wünschst du dir weniger? Und bringt es dir was, wenn ich hier auch über solche Formate spreche? Und ich freue mich auf dein Feedback. Ich hoffe, es hat dir gefallen zum Thema LOL, Learning out loud. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, dir das vorzustellen. Und ich freue mich, bis demnächst in deinem Ohr, deine Mareike. Hat dir der Podcast gefallen? Dann empfehle ich ihn gerne weiter und hinterlasse uns bei iTunes deine 5-Sterne-Bewertung. Mehr Informationen, Tipps und Tricks von deiner Gastgeberin findest du im Internet entweder in der Facebook-Gruppe oder auf www.lerncoaching-podcast.de Bis dann! Bis dann! Bis dann! Vielen Dank.